Ich bin Hanna, ich arbeite bei Volkswagen Group Services im Consulting und ich betreue Projekte im Bereich Chatbots und Voicebot sowie Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich bin Holger Budde, ich bin Consultant für Chatbots und bin mehr oder weniger derjenige, der Chatbots entsprechend beibringt. Die Aufgaben bei uns sind sehr vielfältig. Wir betreuen bestehende Kundenprojekte, aber erweitern auch immer unsere Dienstleistungen. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir unsere bestehenden Dienstleistungen aufbauen, was können wir dort verändern, welche neuen Technologien können wir nutzen und dafür sind wir im Austausch mit Fachkollegen, mit Kunden, mit Technologieanbietern und schauen dann gemeinsam, was wir machen können. So ein klassischer Arbeitsalltag, der so nach Schema F von 9to5 verläuft, den haben wir eigentlich nicht. Gerade haben wir zum Beispiel das Thema Künstliche Intelligenz, wo wir die Dienstleistung erweitern und dann gibt es eben auch Tage, wo man Fachkonzepte dafür schreibt oder sich über neue Technologien informiert oder auch Plattformen, Tools ausprobiert. Und das ist eben ganz vielfältig und spannend und ein Kaffee gehört auch immer dazu beim Start des Tages. Das ist auch immer ganz wichtig. Hallo, mein Name ist Philipp, ich bin Consultant für Process Mining und Virtual Reality bei der Volkswagen Group Services. Wir haben so viel Freiheitsgrad in unserem Tun, dass wir zum Beispiel selber Geschäftsmodelle entwickeln, selber den Markt im Auge haben, immer ein Ohr am Kunden haben und sehen, wo sind die Bedarfe im Volkswagen Konzern. Und so entwickeln wir auch immer neue Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel den Einsatz von Virtual Reality in Prozessimplementierungsprojekten. Wir haben da ein hybrides Modell. Wir haben Büros an verschiedenen Standorten deutschlandweit und dort können wir überall arbeiten, je nachdem wie die aktuelle Situation das verlangt, wo wir Kunden haben, natürlich auch wo unser Wohnort ist. Und so können wir sehr flexibel das in unseren privaten, aber auch in den Arbeitsalltag einwirken. Hi, ich bin Nico. Ich arbeite als RPA Consultant bei den Volkswagen Group Services Consulting. Als Consultant für RPA Bots bildet man gewissermaßen die Schnittstelle zwischen dem Fachbereich und der IT. Gemeinsam mit dem Kunden erarbeiten wir dann eine Lösungskonzeption, die durch die IT technisch umgesetzt wird. Ziel ist natürlich, dass eine Lösung dabei rauskommt, die alle voranbringt. Und natürlich ist es wichtig, auch Powerpoint-Skills mitzubringen. Besonders macht das Arbeiten bei der VWGS Consulting für mich, dass wir ein sehr großes Team sind, was sehr viele verschiedene Skills auch abdeckt. Wenn ich irgendwie eine Frage hatte, egal was es ist, dann gab es immer jemanden in diesem großen Team, der mir helfen konnte. Also, ich bin ein sehr gut, Herr, ich bin ein sehr guter Team, glaube ich. Bis zum nächsten Mal, aber es gibt noch einen anderen Punkt, den wir verbunden haben. Aber wir haben uns jetzt an einen St California-App-ÜSCHTagen Und dann können wir uns presente, dass wir so einfach mal an ein paar Wochenende und zum Beispiel vorstellt werden. Und dann geht uns da an die gab es immer mehr darauf an, und wir kommen wollen, an das jetzt einen gewissen, und geht es nicht so nicht, sondern wir haben die Hist PHIL-ÜSS. Vielen Dank.